Also, heute mache ich mal ein Sammlungsvideo von meiner Thomas Rodenware Collection. Beziehungsweise Sammlung. Ah ja. Legen wir los. Thomas, Ewald, Henry, Gordon, James, Percy, Toby, by the way, Harold ist hier auch. Äh, Digga, man sieht ihn ja gar nicht. Doug, Douglas, weil ich habe leider kein Donald, werde ich mir aber holen. Oliver, Diesel, Stepney, Ari, Bird, Salty, Harvey, Targus. Dann kommen wir hier zu meinen Arthur, Murdoch, Rosie, Neville, Molly, Lady, Diesel 10 und Splatter und Dodge. Kommen wir zu meinen Straßenfahrzeugen. Da habe ich einmal Bertie, Trevor, Jack, Alfie, Oliver, der Bagger, Mon, äh, Monty, Max, Kelly, ähm, Isabella, Patrick, Nelson, komm ich zu meinen Schmarspurelogs, da habe ich nicht sehr viele, kommen vielleicht noch ein paar mehr, äh, und by the way, hier sind auch meine beiden Boote, einmal so ein Brio-Boot und ein Soda Bay Cargo-Chip. Kommen wir jetzt zu meinen Personenwagen. Einmal Annie und Clarabel, dann Henrietta, die Express Coaches, der Duke & Duchess Waggon, meine Custom Nebenstreckenwaggon, die einfach rot bemalte Annie und Clarabel sind mit schwarzen Dächern, und Old Slow Coach. So, kommen wir zu meinen Güterwagen und anderes Rollmaterial. Scruffy, Riggedy, äh, Troublesome Truck, Giggling Troublesome Truck, Troublesome Brake Van, vier Cargo Cars, Furniture Car, drei Kohle-Wagons, Henry's Forest Locker, zwei Box Cars, sorry, äh, die, äh, Rock Crusher Cars, die, äh, Tierwaggons, würde ich sie jetzt mal nennen, dann die Zoo-Waggons, und zwei Wickerstown-Ölwaggons. Dann jetzt weiter mit drei normalen Ölwaggons, einem Titt mit Milch, einem Mehlwaggon, ältsputzschmeer. Okay, dann kommen wir zu meinem Unfallzug, dann haben wir, dann kommen wir zu meinem Bremsvorgon, da habe ich einmal den gelben Soda Line Gebooth, zwei rote Soda Line Gebooth, und Toad. Und das war meine komplette Thomas Wunen Railway Sammlung. Tschüss. Das sind die Zerrste,